Kommt's Bonneville sagt hier, es geht mir darum klar zu machen, dass egal ob du Christ bist oder Muslim oder irgendeiner anderen Religion oder eben Atheist, du brauchst eine Spiritualität. Daran kommst du nicht vorbei. Und er sagt dann auch, was seine Spiritualität ist, als ein bekennender Atheist, aber vieles von dem, was christliche Spiritualität ausmacht, teilt er sehr wohl. Und das finde ich spannend, weil damit klar wird, worum es in der Spiritualität geht. Nicht um die Frage, woran glaubst du, sondern woraus oder wovon lebst du. Also was ist deine Kraftquelle? Woher nimmst du deine Lebensenergie? Woher nimmst du deine Kreativität? Was sind deine Quellen? Das ist eigentlich die Frage der Spiritualität. Also die Frage nach einer religions- und weltanschauungsübergreifenden Spiritualität. Und diese Spiritualität, die übergreifend ist zu diesen verschiedenen Glaubens- und Weltanschauungsüberzeugungen, die ist deswegen gemeinsam, weil sie viel Menschliches ausdrückt. Weil in ihr unsere ursprüngliche Menschlichkeit geübt werden kann, gepflegt werden kann und weiterentwickelt werden kann. Und das verbindet uns mit jedem Atheisten genauso wie mit einem Muslim oder einem Buddhisten. Und das heißt jetzt in der Umkehrung, geistlich, spirituell, heißt, offen sein für das Geheimnis, für das Wunder, für das Besondere, für das Heilige vielleicht auch, des Lebens. Und Sie merken, wenn ich von Geheimnis und Wunder und dem Heiligen spreche, das ist noch sehr offen. Da kann man sehr unterschiedliches dann als das Heilige oder das Geheimnis bestimmen. So, was sagt jetzt André Combs-Sponville? Sponville, was ist für ihn Spiritualität? Er sagt, es ist unsere endliche Beziehung zum Unendlichen oder Unermesslichen, unsere zeitliche Erfahrung der Ewigkeit, unser relativer Zugang zum Absoluten. Das finde ich spannend. Auch wenn er nicht an einen personalen Gott glaubt, mit dem er reden kann, von Du zu Du, sagt er doch, es gibt sowas wie Ewigkeit, es gibt sowas wie etwas Absolutes. Das scheint ihm doch sehr wichtig zu sein. Und wir haben irgendwie in unserem irdischen Leben dazu einen Zugang. Wir können das irgendwie berühren, uns dem annähern. Und diese Beziehung zu pflegen, diese Beziehung herzustellen, diese Beziehung für sich selber fruchtbar zu machen, das heißt für ihn Spiritualität. Ich würde es ein bisschen anders formulieren, aber es widerspricht dem Combs-Sponville nicht, setzt nur ein paar andere Akzente. Ich würde vorschlagen, denn diese Definition Spiritualität als eine konkrete, stimmige Gestalt des geistvollen Umgangs mit der Wirklichkeit. Damit rechnen, dass mitten in meinem Alltag, in den kleinsten und unscheinbarsten Dingen, irgendetwas aufleuchtet von dem, was göttlich ist, was die Quelle meines Lebens ist. So, und damit ich das tun kann, brauche ich eine Gestalt von Spiritualität. Und das Wort Gestalt meine ich hier sehr bewusst im Sinne der Gestaltpsychologie. Du kannst in deiner Art und Weise, wie du mit den Dingen umgehst, nicht einfach alles zusammenwerfen, was dir gefällt. Also Gestalt ist das Gegenteil von Patchwork. Patchwork würde heißen, das finde ich ganz nett und jenes finde ich ganz nett und jetzt tue ich das irgendwie zusammenmixen und irgendwas wird schon rauskommen. Also, meine Spiritualität muss irgendwo eine Stimmigkeit haben. Ich kann schlecht am Morgen sagen, ich nehme mir jetzt eine halbe Stunde Zeit, wenn ich weiß, dass meine Kinder Hunger haben und das Frühstück brauchen. Das wäre keine stimmige Gestalt meiner Spiritualität. Ich kann schlecht meine komplette Spiritualität nur in meiner Gebetsecke abfeiern, wenn mir Schöpfung etwas Wichtiges ist. Dann muss ich auch Spiritualität in der Schöpfung vollziehen, zum Teil, nicht ausschließlich, aber zum Teil. da Stimmigkeiten herstellen, das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben und die natürlich nicht einfach ist, das können Sie sich vorstellen. Das heißt auch, da muss man manchmal Dinge ausprobieren und dann merken, so passt es aber eigentlich doch nicht für mich. Dann macht man es wieder anders. Also das braucht so ein Stück auch Trial and Error, bis man da hinkommt. Let's sum it up. The most important question regarding Spirituality is what do you do for a living in the sense of what is your source of strength or where do you get your life energy from? Here, a Spirituality is defined that transcends religious and ideological boundaries as a concrete, coherent form of a spiritual approach to reality. a Spirituality.